Also, nochmal von vorne. Hallo, willkommen zu dem Vortrag zu Kubernetes Pattern. Mein Name ist Roland Huss. Ich arbeite bei Rettet seit ungefähr drei Jahren. Ich bin dort Software-Entwickler, arbeite aber schon mit Java seit über 20 Jahren. Ich bin also Java-Entwickler hauptsächlich. Bei Rettet selber habe ich angefangen im Fabricate-Team. Wer kennt Fabricate? Zum Namen her. Eins, zwei, okay. Fabricate ist im Prinzip so eine Plattform für OpenShift, also für Entwickler, also entsprechende Toolings dazu. Und seit ungefähr einem Jahr arbeite ich für ein Red Hat Fuse-Team. Da geht es quasi um Camel und um Fuse. Und da haben wir erst am Dienstag unsere neue Version vorgebracht mit Fuse 7.0. Aber darüber erzähle ich heute nichts, sondern ich erzähle euch was über Kubernetes Patterns. Gut, was erwartet euch in der nächsten, ich würde mal sagen, so Stunde ungefähr dauert das Ganze. Also, ich werde natürlich mal ganz kurz was über Kubernetes erzählen. Daher schon immer die erste Frage in der Runde, wer kennt Kubernetes schon? Okay, wer kennt das überhaupt noch gar nicht? Okay, einen im Eck. Ich habe so ein bisschen was dabei, also so einen leichten Ramp-up, sodass man da auch ein bisschen reinkommt in Kubernetes. Das ist also jetzt kein Kubernetes-Einführung, aber es gibt ein paar so Grundkonzepte von Kubernetes, die ich dann auch vorstellen werde. Ich erzähle kurz was über Patterns, was ich unter Patterns verstehe. Und dann schauen wir uns verschiedene Kubernetes-Patterns in verschiedenen Kategorien an, die dann auch von grundlegenden Patterns sich steigern bis zu relativ komplexen Patterns. Gut, aber zunächst noch was zu Kubernetes. Kubernetes ist ein Open-Source-Container-Orchestrierungs-Framework oder System. Und die Aufgabe des Ganzen wurde also veröffentlicht im Jahr 2014 von Google und Kubernetes ist ein neues Projekt, enthält aber die gesamten alten Konzepte, die Google schon in den Jahren davor gesammelt hat. Und zwar im Rahmen ihres eigenen internen Frameworks namens Borg. Und die wurden dann quasi, diese Best Practices wurden dann quasi gesammelt und dann quasi als Software veröffentlicht, als Open-Source. Und Kubernetes hat inzwischen eine enorme Fahrt aufgenommen, was das Momentum betrifft, also die Anzahl der Entwickler, die an Kubernetes arbeiten. Also Kubernetes war lange Zeit lang das wirklich das aktivste Projekt auf GitHub zum Beispiel. Also es ist ein irrsinnig großes Projekt. Und was sind jetzt die Aufgaben von Kubernetes? Also zunächst mal klar, also Orchestrierung heißt ja im Prinzip, dass ich Container verteilen möchte in einem Cluster auf Knoten. Und dann ist natürlich dieses Scheduling, dieser Verteilungsmechanismus natürlich sehr wichtig. Es bietet Möglichkeiten des horizontalen Skalierens. Das heißt, ich habe meine Anwendung, die ich in verschiedenen Kopien laufen lassen kann. Und dieses Hochskalieren, Runterskalieren, das übernimmt mir auch Kubernetes. Eine ganz wichtige Eigenschaft ist das sogenannte Self-Healing. Und da kommen wir auch zu einem der Kernkonzepte von Kubernetes, nämlich dass Kubernetes ein sogenanntes deklaratives Framework ist. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel nicht, nimm diesen Container und deploye den mal dorthin und mal dorthin. Also nicht imperativ, sondern in dem Sinne, ich beschreibe quasi den Zielzustand, was ich gerne haben möchte. Und dann ist es die Aufgabe von Kubernetes, diesen Zielzustand zu erreichen. Und das Ganze passiert über eine Rest-API, die ich von außen bediene. Das heißt, wir sehen gleich im nächsten Bild die Architektur von Kubernetes selber. Und das heißt, es gibt verschiedene Ressourcen. Und meine API ist eigentlich bloß Erzeugen, Löschen, Update und Delete von diesen einzelnen Ressourcen. Und da beschreibe ich, wie gesagt, den Zielzustand und sage zum Beispiel, ich möchte gerne drei Kopien meiner Applikation laufen haben. Und wenn jetzt dann irgendwann mal der aktuelle Zustand von diesem Zielzustand abweicht, dann ist es Aufgabe von Kubernetes, diesen Zielzustand wieder zu erreichen. Das ist also sehr praktisch. Eine andere Geschichte, die auch sehr wichtig ist, ist das Service Discovery. Da wir ja uns, dass ich quasi, wir haben ja dann nicht nur jetzt eine Applikation, sondern mehr Applikationen. Und wenn wir Microservices haben, dann haben wir sogar sehr viele Applikationen. Und die müssen sich ja gegenseitig auch finden. Das heißt, kein Service lebt in Isolation, sondern jeder hat im Prinzip eine gewisse Abigkeit, also die meisten. Und die müssen sich gegenseitig finden. Und bei Kubernetes ist dieser Discovery-Mechanismus abgebildet über DNS, also über den Domain-Name-Service. Das heißt, jeder Service hat einen Namen. Und dieser Name kann einfach abgerufen werden, um dann die entsprechende IP-Adresse von dem Service zu finden. Des Weiteren bietet Kubernetes noch Möglichkeiten für Rollout und Rollbacks. Wenn ich Sachen installiere und update, dazu kommen wir aber später noch ein bisschen mehr im Detail. Wie gesagt, das Ganze läuft über eine, also keine Grafik mehr, Entschuldigung, über eine ressourcezentrische REST-API. Das heißt, ich habe einen HTTP-Server, der irgendwo zentral steht und der dann quasi mit meinen ganzen Knoten im Cluster und dann bidirektional sich unterhält. Und ich von außen greife quasi nur über diese REST-API mit Kommandozeilentools oder auch direkt darauf zu und erzeuge diese Ressource-Objekte. Davon zeige ich dann auch gleich noch ein paar Beispiele. Also das war jetzt wirklich nur ein ganz grober Einblick in Kubernetes. Wir sehen noch ein paar andere Grundkonzepte später. Aber als nächstes möchte ich mal ganz kurz beschreiben, was ich unter Design-Patterns verstehe. Und da müssen wir so ein paar Schritte zurückgehen in der Geschichte. Wo kommen denn diese Patterns überhaupt her? Und interessanterweise war der Erste, der die Patterns erfunden hat, das zeige ich dann gleich in der nächsten Folie. Der Erste, der diese Patterns erfunden hat, war ein Architekt namens Christoph Alexander, der mit seinen Co-Autoren dieses Buch 1979 geschrieben hat, Pattern Language. Und darin werden eben verschiedene Pattern beschrieben. Und zwar jetzt nicht für die Softwarebranche, sondern eben für Architektur. Ja, aber was ist jetzt ein Pattern? Ein Pattern ist tatsächlich, das ist im Prinzip mehr oder weniger die Wikipedia-Definition, eine Lösung, eine wiederverwendbare Lösung auf ein immer wieder kehrendes Software-Engineering-Problem. Also nicht keine konkrete Lösung für ein konkretes Problem, sondern wirklich so eine Art Lösungsschablone. Und solche Lösungsschablone findet man in diesem Buch wirklich in verschiedenen Granularitäten. Also hier sind 259 Patterns beschrieben. Ein Pattern zum Beispiel heißt Cross-Country-Fingers. Da wird beschrieben, wie man quasi in die Stadt anlegen sollte, so dass möglichst lange Finger von eben Landschaft dann hineinreichen, damit jeder möglichst, der in dieser Stadt wohnt, auch möglichst viele Fläche hat zum was Grünem halt außenrum. Ein anderes Pattern, was hier beschrieben wird, ist dann auch Beer Hall. Heißt einfach auch Beer Hall, wo einfach beschrieben wird, okay, wenn ich jetzt so eine Beer Hall baue und die auch so einrichten, dass die Leute, die da drin sind, auch möglichst kommunikativ sind und miteinander reden. Also muss ich das so bauen, dass ich dann eben hier kleine Tische habe, die dann so angelegt sind, dass jeder, wenn er aufsteht, dann auch mal kreuzen muss mit dem anderen und so weiter und so fort. Also relativ konkrete Anweisungen, wie man das bauen kann. Und ja, ein letztes Beispiel ist zum Beispiel, ein Pattern heißt Different Ceiling Heights. Das heißt, dass wirklich einfach in einem Haus sollten alle Decken in verschiedenen Höhen angelegt sein, damit es ganz einfach interessanter wirkt. Also es ist ganz witzig. Also man merkt schon, dass das Ganze hat jeweils jedes Pattern hat einen Namen und die sind dann auch miteinander verknüpft in dem Buch. Und auch die Granularität dieser Pattern, die ist dann auch wirklich ganz unterschiedlich. Das heißt, es gibt ganz, ganz grob granulare, geht ganz bis hoch, bis zu wirklich ganz speziellen Pattern. Und ja, diese Idee von diesen Patterns, mit diesen Lösungen und dem Namen und so weiter, ist natürlich dann irgendwann mal rübergeschwappt in die Softwarebranche. Und ich denke, dieses Buch, das wird die meisten von uns auf jeden Fall erkennen. Die, die IT studiert haben, die wissen, dass es auf jeden Fall ein Teil des, ja, einfach auch als Lehrbuch genutzt wird. Und dieses Elements of reusable object-oriented Software ist im Prinzip das Buch und Gang of Four. Es sind vier Autoren und darin werden Patterns beschrieben, wie zum Beispiel Singleton, Delegate, Factory. Das sind alles Patterns, die wir eigentlich kennen als Entwickler. Und da merkt man schon, wenn man quasi sich darüber unterhält und ich sage jetzt zu jemandem, hallo, wir könnten das doch als Singleton bauen, dann weiß jeder sofort, was damit gemeint ist. Und ich muss nicht erklären, was ein Singleton ist. Und das ist eigentlich so dieser große Vorteil von diesen Patterns, dass sie einen einprägsamen Namen haben und dass es mehr oder weniger ähnliche, ja, Gedanken bei anderen Leuten assoziiert. Und dass man im Prinzip dann relativ weitergehen kann und sich dann um interessante Probleme unterhalten kann. Also das war im Prinzip so der Grundstein bei uns in der Softwarebranche. Dann geht es aber weiter, auch andere Patterns, wie zum Beispiel auch ein sehr berühmtes Buch, Enterprise Integration Patterns. Ist also auch ein Buch, was dann auch viele solche Patterns hier beschreibt, auch sogar mit Icons außenrum, die dann letztendlich Patterns beschreiben, wie man Enterprise Application Integration machen kann, also wie man quasi existierende Systeme verknüpfen kann, sodass man neuen Wert schaffen kann. Und dann findet man auch Sachen wie Splitter, PubSub, das ist zum Beispiel hier bei Messaging immer bekannt. Also das sind auch Patterns, die sehr bekannt sind des Buches, auch wie gesagt relativ berühmt. Und es gibt noch eine tolle Reihe Bücher, es gibt noch eine Reihe unbedeutende Patternbücher. Eins davon ist dieses Buch, was ich gerade mit meinem Kollegen schreibe. Da geht es eben darum, wo ich im Prinzip den Inhalt, den ich heute so ein bisschen vorstelle, noch mal niedergeschrieben oder wir niedergeschrieben haben. Und was man sich dann auch relativ sehr günstig dann auch, also selbst publischt, noch nicht ganz fertig sogar, dass ich dann auch runterladen kann, wenn man das möchte. Und wenn man dann auch noch Sachen nachlesen möchte, was ich heute erzähle. Okay, das war so ein kleiner Umbriss, was Patterns sind. Wie bauen wir unsere Patterns hier in diesem Vortrag heute auf? Das ist also sehr, sehr einfach. Das heißt, ich werde zunächst mal immer das Problem beschreiben. Und danach werde ich dann zumeist ein Pattern, aber manchmal auch mehrere Patterns angeben, die dann jeweils einen Namen tragen und eine Lösung anbieten für dieses beschriebene Problem. Es ist so, dass sich für Patterns an und für sich leider kein Standard entwickelt hat, also für dieses Format. Es gibt, jedes Buch hat ein eigenes Format, findet ein eigenes Format. Es gibt hier einen sehr schönen Artikel von Martin Fowler, der eben diese verschiedenen Patternformate auch mal beschreibt. Wenn man sich mal für sowas ein bisschen interessiert, kann man also sehr schön auch lesen, was die Patterns auch unterscheidet und was man nutzen kann. Aber wie gesagt, für uns ist das Ganze jetzt relativ einfach gehalten. Okay, dann legen wir auch schon los mit den Foundational Patterns, also mit grundlegenden Mustern. Das erste Muster ist im Prinzip erstmal ganz, also hört sich auch schon sehr pauschal und global an. How can we create and, wie können wir also quasi Applikationen erzeugen und managen mit Kubernetes. Also der Knackpunkt ist hier, dass Kubernetes selber eigentlich schon eine Ansammlung ist von Patterns. Also ich habe ja erzählt, dass Google hat im Prinzip diese Best Practices rausgezogen aus ihrem internen Framework und das sind eigentlich ja im Prinzip schon Patterns, die sie entdeckt haben und klassifiziert haben. Das heißt, bei Kubernetes-Patterns kann man eigentlich davon auch mit Fug und Recht behaupten, dass Kubernetes selber eine Liste, also die Konzepte, die intrinsischen Kubernetes-Konzepte eigentlich auch schon Patterns sind. Und die möchte ich jetzt ganz kurz beschreiben und die findet man im Prinzip unter diesem Namen. Zunächst einmal, die zentrale Einheit bei Kubernetes sind die Pots. Und ein Pot ist im Prinzip erstmal fast so etwas Ähnliches wie ein Container. Außer, dass ein Pot quasi nicht nur einen Container anhalten kann, sondern mehrere Container. Das sehen wir dann später, warum das wichtig wird. Und diese Pots, die werden dann quasi von Kubernetes verwaltet und verteilt über verschiedene Systeme. Aber ich sage mal, in erster Näherung kann man einfach auf Pot gleich Container setzen und da ist man relativ gut dabei. Und diese Pots beschreiben dann also quasi zum Beispiel solche Services, solche Microservices oder auch andere Services. Und die haben dann typischerweise vorne dran immer einen sogenannten Service, der den Zugriff auf diesen Pot bietet. Das heißt, wenn ein Pot einen anderen Pot anspricht, dann geht er immer über einen Service. Interessant ist auch die Möglichkeit, dass man in Kubernetes all diese Objekte, also wir haben schon hier zwei kennengelernt, Pot und Service. Und es gibt noch viel, viel mehr Objekte. Diese Objekte kann man organisieren mit sogenannten Metadaten, mit Labels, mit Annotations. Und man kann das Ganze auch in ganzen Namespaces quasi getrennt behandeln. Das heißt, so ein Cluster hat verschiedene Namespaces und die Pots in einem Namespace sehen sich auch erstmal nur alle, die in dem Namespace auch sind. Wie schaut jetzt so ein Pot aus? Also ein Pot, habe ich wie gesagt, ist eigentlich das kleinste Element in Kubernetes. Jeder Pot bekommt eine eigene IP-Adresse und diese IP-Adresse ist eine interne IP-Adresse des Clusters. Also wenn ich ein Kubernetes-Cluster habe, dann spannt der quasi interne Netzwerke auf, die von außen erstmal nicht erreichbar sind. Und einer dieser Netzwerke ist das Pot-Netzwerk. Ein Pot bekommt eine IP-Adresse, er enthält dann hier eben ein oder zwei Container. Man sieht hier so einen sogenannten Sidecar-Container und hier einen Hauptcontainer. Und das Tolle an diesen Containern, die können sich gegenseitig sehen. Die teilen sich quasi den Netzwerkspace. Das heißt, jeder Container kann den anderen Container über Localhost erreichen. Allerdings muss man natürlich aufpassen, auch bei den Ports, dass beide Container nicht die gleichen Ports belegen, weil man ansonsten den gleichen Konflikt, wie man auf einem normalen Host auch hätte. Diese Containers können sich auch Daten teilen über sogenannte Volumes. Und was besonders ist, ist, dass dieser Pot eine flüchtige IP-Adresse hat. Das heißt, wenn dieser Pot irgendwann mal stirbt, das ist auch ein Grund, weil er die Applikation abstürzt oder der Knoten, auf dem der Pot läuft und der kommt wieder hoch, dann bekommt er eine neue IP-Adresse, die anders ist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Ports sich nie direkt über diese IP-Adresse unterhalten, weil, wie gesagt, diese IP-Adresse flüchtig ist und jederzeit weggehen kann. So schaut eine Deklaration aus den Kubernetes. Also wer das noch nie gesehen hat, das ist relativ einfach aufgebaut. Es ist im Prinzip eine YAML- oder auch JSON-Datei, die im Prinzip immer eine fixe Struktur hat. Das heißt, für jedes Objekt habe ich einen Typen, Kind. Ich habe Metadaten und ich habe eine Spezifikation. In diesen Metadaten sind wie beschrieben eben die Labels und die Annotations angegeben und darunter in der Spezifikation ist bei dem Pot natürlich eine Liste mit den entsprechenden Containern und auch die Images, aus denen diese Container gebaut werden. Und dann kann man natürlich noch ganz, ganz viel mehr hier angeben. Also das ist wirklich nur ein kleiner Ausdruck. Also wenn man so real, real-world Kubernetes-Deskriptoren gesehen hat, die können schon sehr groß werden, auf jeden Fall. Genau, was ich jetzt dann machen würde, um diesen Pot zu erzeugen auf Kubernetes, ich nehme diese Datei, ich nehme ein CLI-Kommando von Kubernetes, nennt sich kubectl, und sage einfach kubectl, create-f und gebe diese Datei an. Dann wird im Prinzip diese Datei übertragen über die Reststellenstelle an den Cluster und dann wird der entsprechende Pot dann auch angelegt. Gut, aber ich habe ja gesagt, die Potter-IP-Adresse ist flüchtig, aber wie kann man dann am besten darauf zugreifen? Die Lösung halte ich noch eine Folie vor, weil ich jetzt zunächst mal erst beschreiben möchte, wie denn dieses Self-Healing funktioniert. Dazu gibt es ein anderes Objekt, das sogenannte Replica-Set. Das schaut dann auch ähnlich aus wie dieser Pot. Und dieses Replica-Set ist tatsächlich so eine Art Aufpasserin für diese Pot. Und Replica-Set hat eine Art, eine Property, die nennt sich Replica. Sie beschreibt im Prinzip, wie viele Kopien eines Pot erzeugt werden sollen. Und das Replica-Set oder der Controller, der dahinter steckt, selektiert periodisch oder sucht periodisch in einem Cluster nach allen Pot, die einem gewissen Satz an Labeln genügt. Also es hat einen Label-Selektor, zählt diese Anzahl dieser Pot und vergleicht die mit diesem Replica-Number. Und wenn diese Zahl gleich ist, ist alles gut, dann ist nämlich der aktuelle Zustand gleich dem Zielzustand. Wenn diese Zahl aber zum Beispiel kleiner ist, weil ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel nur zwei Pot, aber ich brauche drei Replicas, dann wird von diesem Controller, von diesem Replica-Set-Controller ein neuer Pot automatisch gestartet. Und wie kann das das Replica-Set machen? Ganz einfach, indem eine Pot-Spezifikation innerhalb des Replica-Sets angegeben ist, also eine Art Template, damit er eben auch weiß, wie er diese neuen Pot erzeugen kann. Und es ist auch tatsächlich so, dass man normalerweise, wenn man mit Kubernetes arbeitet, man keine Pot direkt erzeugt, sondern es immer über solche weiteren Abstraktionen macht, wie dieses Replica-Set. Hier ist ein Beispiel, grafisches, also im Prinzip habe ich hier wieder so ein Objekt-Replica-Set, also mit keinem Replica-Set. Hier sind die Selektoren, das ist eine Liste von Labels, und dann wird hier periodisch gematcht im Cluster, was dann noch alles aktiv ist und dann dementsprechend halt agiert. Wenn einer zu viel wäre, dann würde auch ein beliebiger einfach getötet werden von diesen Pots. Gut, jetzt kommen wir zu dem Service. Und das ist tatsächlich jetzt die Eingangstor für meinen Service, der im Prinzip auf die Pots dann drauf geht. Also ein Service im Prinzip, es selektiert auch Pots bei Label wiederum. Und wenn ich jetzt dann, ja genau, ein Service bekommt eine eigene IP-Adresse, und diese IP-Adresse, die ist wirklich permanent im Cluster. Ein Service hat jetzt keinen Lebenszyklus, also ein Service kann jetzt nicht sterben und starten. Ein Service ist einfach eine abstrakte virtuelle Entität, die eigentlich immer da ist. Also letztendlich, technisch wird es realisiert durch IP-Table-Rules, die halt dann angelegt werden, und die mappen dann auf diese Pots, die dahinter kommen. Das heißt, ich gehe dann tatsächlich immer mit meinem anderen, also wenn ich auf einen Pot draufgehen möchte, dann hole ich mir den Service über den Namen, zum Beispiel dieser Service könnte den Namen Pong haben, ich löse Pong über den DNS-Server auf, bekomme die IP-Adresse, diese IP-Adresse, und dann ist das im Prinzip eine Art Loadbalancer, der vor dem Pot dann hängt, und dann dementsprechend dann nach einem gewissen Algorithmus das Ganze auch verteilt auf die einzelnen Pots, die dahinter sind. Das heißt, ich bekomme damit auch eine relativ einfache Möglichkeit von Loadbalancing zwischen Microservices. Also nicht nur Loadbalancing nach außen, zu meinem eigentlichen Eintrittspunkt für den User, sondern auch wenn ich viele Service-Up, die untereinander sind, kann ich die auch getrennt skalieren und getrennt rauf-runterfahren und so weiter. So, das war so diese kurze Einführung. Jetzt habe ich jetzt hier diesen Pot erklärt, also alles dreht sich um diesen Pot letztendlich. Dann gibt es noch ganz, ganz viele Abstraktionen außenrum. Wir sehen später noch ein, zwei davon. Aber behandelt werden im Prinzip alle gleich. Wie gesagt, das ist eine Beschreibung. Die haben alle mehr oder weniger diese Metadaten, haben eine Spezifikation und werden über die Reststelle erzeugt und verwaltet. Gut, das ist also gesagt, das war ein kurzer Crashkost in Kubernetes. Also für die, die es Kubernetes noch nicht kennen, war es wahrscheinlich jetzt zu schnell. Ich denke aber, für andere war es vielleicht eine relativ kleine Auffrischung. Und im Prinzip war das jetzt so, dieses Grundkonzept, diese Patterns, die dann in Kubernetes selber enthalten sind. Wir werden ja noch ein paar andere sehen. Jetzt kommen wir zum Pattern, das nennt sich Predictable Demands. Und es dreht sich generell darum, wie kann ich denn jetzt als Applikation meine Anforderungen an die Ressourcen denn deterministisch auch deklarieren. Also wie kann ich angeben, was man eine Anforderung auch braucht. Man kann dabei zwischen zwei Arten unterscheiden von Anforderungen. Das eine ist zum Beispiel Anforderungen, die ich unbedingt brauche. Ohne die läuft meine Applikation nicht. Also eine davon ist zum Beispiel, dass ich zum Beispiel Volumes brauche. Und was ist der Vorteil davon, wenn ich diese Anforderungen deklarieren kann? Klar, ich helfe Kubernetes, dem Scheduler, bei seinen Scheduling-Entscheidungen. Also damit er auch entscheiden kann, was er wohin schieben kann. Also wenn ich eine Anwendung habe, die sagt, sie braucht so und so viel Speicher, dann weiß der Cluster, okay, dann kann ich den nur auf diesen Knoten packen, weil der noch so viel Speicher frei hat zum Beispiel. Es hilft natürlich einem selber auch, wenn man dann quasi mal Kapazitätsplanung machen möchte, entscheiden möchte quasi, wie viele Knoten brauche ich denn überhaupt für meine Anwendung? Wie groß muss denn mein Kubernetes-Cluster selber sein? Und das ist also relativ wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und diese Rundime-Dependency, die ich gerade angesprochen habe, sind im Prinzip Dinge, die ich unbedingt brauche, damit die Applikation läuft. Eins davon sind Persistent Volumes, das sind also Persistent Daten, die meine Applikation braucht, um quasi zum Beispiel Daten abzuspeichern. Datenbanken gehören dazu zum Beispiel, die ich dann mit dem Persistent Volumen brauche im Hintergrund. Und diese Persistent Volumes, die werden auch angeboten von Kubernetes. Das heißt, was ich dann als Applikation mache, ich deklare hier einen sogenannten Persistent Volume Claim, das heißt eine Anforderung. Ich möchte gerne 10 GB an nicht flüchtigen Daten haben. Und dann kümmert sich Kubernetes darauf, diese Volumes dann auch reinzumounten in meinem Pod. Wenn natürlich kein Volume mehr frei ist, dann kann meine Applikation generell nicht laufen. Das heißt, wenn jetzt die Rundime-Dependency nicht erfüllt werden kann, dann ist auch im Prinzip, ja, meine Anwendung kann dann einfach auch nicht hochfahren. Eine andere Hatter-Dependency sind Host-Ports. Ich kann meiner Anwendung sagen, dass ich einen speziellen Port auf einem Knoten belegen möchte, und zwar jetzt nicht diesen internen Port, den ich bei den Services hatte, sondern quasi wirklich einen externen Port auf meinem Knoten selber, der von außen erreichbar ist. Und wenn ich zwei Ports habe, die diesen gleichen Port haben wollen, geht das natürlich bei einem nicht, sondern dieser Port kann nur einmal vergeben werden letztendlich. Und solche Ports, die Host-Ports als eine Dependency deklarieren, können natürlich pro Knoten auch nur einmal laufen. Das ist relativ logisch. Andere Hatter-Abhängigkeiten sind Config-Maps und Secrets. Mit Config-Maps auch wiederum Objekte. Kann ich Konfigurationsdaten ablegen im Cluster und auch wiederum zum Beispiel in meinem Port rein mounten, also ein Filesystem. Und wenn diese Config-Maps nicht zur Verfügung steht und ich die aber deklariere als Abhängigkeit, dann fährt meine Anwendung auch nicht hoch. Also das sind alles Dinge, die man quasi sowieso angeben muss, um seine Anwendung quasi zum Laufen zu kriegen. Der Unterschied zwischen Config-Maps und Secrets ist zum Beispiel sehr ähnlich, außer dass in Secrets die Objekte, die Daten hochgradig verschlüsselt sind, und zwar mit Base64. Also im Prinzip ist das quasi ein Konzept, was noch dazukommt. Aber Secrets sind quasi im Prinzip so was ähnliches wie Config-Maps, aber momentan auch nicht so super sicher, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gut, das sind die harten Dependencies. Und jetzt kommen wir zu den anderen Dependencies, die aber auch wichtig sind, dass man sich darüber Gedanken macht, nämlich Ressourcen. Wie viele Ressourcen braucht meine Anwendung? Ressourcen, damit meine ich, wie viel Speicherplatz braucht meine Anwendung maximal und auch am Anfang. Und wie viel CPU möchte ich Ihnen geben? Also wie viele Cores möchte ich gerne meine Anwendung zuteilen? Und hier unterscheidet man zwischen zwei Arten von Ressourcen, nämlich komprimierbare und nicht komprimierbare Ressourcen. Komprimierbare Ressourcen sind klar, also wenn ich sage, ich brauche zum Beispiel zwei Cores, aber der Kubernetes meint, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel zur Verfügung, dann läuft die Anwendung auch mit einem Core, halt langsamer. Das heißt, und wenn ich dann aber mal mehr gegeben habe, wenn ich zum Beispiel, okay, es läuft jetzt auf zwei Cores und ich habe jetzt quasi so einen Ressourcendruck, also ich muss quasi was reduzieren, dann kann das Kubernetes natürlich machen, indem es einfach drosselt. Das Ganze funktioniert nicht bei Memory. Wenn ich mal Memory verteilt habe, dann kann ich der Anwendung nicht einfach Memory wegnehmen, weil das, und Kubernetes kann auch nicht in den Container reinschauen und sagen, Anwendung macht mal weniger Memory, sondern dann in dem Fall, wenn dann so ein Ressourcendruck entsteht, wird dieser Pod auch einfach gekillt. Also wenn ich zum Beispiel, sage ich als Anwendung, ich fordere jetzt zum Beispiel 500 Megabyte an, Kubernetes gibt mir 500 Megabyte und irgendwann kommt der Punkt, wo Kubernetes entscheidet, okay, jetzt habe ich da meine viele Pods, mein Knoten ist wirklich sehr, sehr voll, ich muss ein paar quasi loswerden von diesen Pods, dann wird dieser Pod dann auch eventuell gekillt. Und das Ganze kann man hier deklarieren mit sogenannten auch Properties in den Request-Deskriptoren, Ressourcedeskriptoren, Entschuldigung, nämlich Request und Limits. Request ist im Prinzip die Ressource, die ich auf jeden Fall brauche, ohne die startet meine Applikation nicht. Das ist also meine Minimalspeicher, meine minimale CPU, das, die ich angeben muss. Und Limits gibt dann quasi an, wie weit es denn wachsen kann, letztendlich. Also sowas, sage ich so, ich möchte gerne zum Beispiel 500 Megabyte Hauptspeicher haben, ja, wenn es halt, kann es sein, dass ich ein bisschen mehr brauche, dann bitte bis 750 hochgehen. Das heißt, ich kann diese beiden Werten getrennt angeben. Ich als Cluster-Administrator kann natürlich sagen, in welchen Grenzen ich diese Request-Deskriptoren angeben kann, also quasi, ich kann auch wirklich solche Quotas auch definieren und auch Ranges. Und, ja, jetzt nehmen wir mal an, ich deklariere das, ich habe einen Knoten und dann ist es normalerweise so, dass Cluster dann sogar ein Overcommit macht. Das heißt, ich gebe ja an, ich brauche 512 Megabyte minimal, aber natürlich, wenn ich meine Applikation standarde, hat die nicht erst 512 Megabyte belegt am Anfang, sondern ich brauche die quasi, bis ich überleben kann. Also wenn ich die Java-Wing hochfahre, dann heißt es vielleicht bloß 200 Megabyte. Und das weiß Cluster, deswegen packt es einfach mehr, wirklich auch mehr Knoten auf den, mehr Pots auf einen Knoten drauf. Also als die Summe der einzelnen Requests zum Beispiel geben würde, wenn ich die Sum zählen würde, würde ich dann mehr, also auf mehr Speicher kommen, als was der Knoten überhaupt hat, weil ich weiß, dass diese Knoten alle nicht sofort belegt sind. Und dann kommt natürlich die Situation, wo dann mal wirklich auch mal wieder aufgeräumt werden muss, weil dann doch irgendwann mal das überschritten wird, diese Grenze. Und das Ganze passiert mit sogenannten QoS-Klassen. Ich habe hier, ich kann angeben, also ich habe ja erzählt, ich kann Requests und Limits angeben. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich in einer Quality-of-Service-Klasse, die nennt sich Best-Effort. Und das sind auf jeden Fall die Pots, die als allererstes gekillt werden von Kubernetes. Das heißt, allein das ist schon mal ein Grund, sich zu überlegen, welche Speichergrößen denn meine Pots haben sollten. Dann gibt es eine Klasse, die nennt sich Burstable. In dem Fall gebe ich an Request kleiner als Limits. Das heißt, da kann ich wirklich wachsen, also ich kann bursten. Und das sind im Prinzip die nächsten, die gekillt werden. Und wenn ich Request gleich Limits angebe oder nur Request angebe, dann bin ich in der Guaranteed-Klasse. Und das sind tatsächlich die, die als letztes gekillt werden, weil die sagen, okay, das ist wirklich das, was ich brauche und wo ich auch maximal wachsen kann. Und wenn ich das dann auch bekomme, dann bin ich in dieser QoS-Klasse. Also das ist auch ein Hilfsmittel, mit dem man kubinettlich sagen kann, wie denn das Ganze gehandhabt werden soll. Hier nochmal ein kurzes Beispiel, wie das Ganze deklariert wird. Also ich habe hier einfach wieder meinen Pod, habe hier die Spezifikation, die Container. Und dann gebe ich hier eben über Request und Limits, die je nachdem an, hier in dem Fall 200 Millicores und 100 Megabyte oder 300 Millicores und 200 Megabyte. Also das ist im Prinzip die Idee von diesen Predictable Demands, dass man wirklich angeben kann und auch sich überlegen kann, was denn wirklich an Ressourcen notwendig sind. Das nächste Pedal geht dann tatsächlich um die Installation und Updates, wie ich das Ganze wirklich auch deployen kann, meine Anwendung. Und hier muss man unterscheiden zwischen dem deklarativen und gegenüber dem imperativen Deployment. Und Kubernetes unterstützt dieses deklarative Deployment, indem ich sagen kann, okay, ich möchte eine Anwendung haben mit so und so vielen Pods. Wir hatten das ja schon bei dem Replica-Controller gesehen. Es gibt hier verschiedene Update-Strategien für diese Deployments bei Kubernetes, die wir uns auch gleich nochmal angucken können. Das heißt, die kann ich auch deklarieren, das heißt, wie ich diesen Update denn auch durchführen möchte. Dieses Deployment selber ist tatsächlich wieder ein eigenes Objekt innerhalb von Kubernetes, ähnlich wie der Pod oder das Replica-Set oder der Replication-Controller. Und hier ist es die Idee, dass ein Deployment ähnlich wie ein Replica-Set ein Template enthält für den Pod, damit er weiß, was er installieren kann. Und wenn jetzt ein Deployment quasi ausgeführt werden soll, dann wird ein Replica-Set erzeugt mit dem gleichen Template. Das heißt, ein Deployment ist quasi noch eine Absturzungsstufe über dem Replica-Set. Und ich kann aber sagen, wie denn dieses Replica-Set dann quasi erzeugt werden soll, wie denn diese Pods innerhalb des Replica-Sets dann letztendlich skaliert werden können. Dazu gleich eine Sekunde mehr. Und so ein Deployment erzeugt natürlich mehrere Replica-Sets. Also ein Replica-Set für die alte Version, also die ich schon da habe. Und wenn ich ein Update mache, bekommt ein neues Replica-Set für die neue Version hin, die dann quasi auch auf die Images des neuen Applikationen auch weisen. Ich habe gesagt, weil das Replica-Set enthält ja auch die entsprechenden Templates. Deployment, nur so als Randnotiz, ist ein Beispiel auch dafür, wie die Wechselwirkung zwischen Kubernetes und OpenShift stattfindet. Also OpenShift habe ich noch gar nicht erwähnt, aber OpenShift ist im Prinzip eine Enterprise-Distribution für Kubernetes. Tobi wird dann später noch ein bisschen mehr über OpenShift erzählen, was ganz lustig ist, weil ich ja von Red Hat komme, also OpenShift kommt auch von Red Hat, der Tobi aber nicht. Also im Prinzip ist aber, was ich hier bezeigen wollte, ist, dass Deployment-Configs, quasi das ist eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Communities. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch Airbugs, also quasi rollenbasierte Authentifizierung, ist auch etwas, was quasi erst in OpenShift war und dann quasi zurückportiert wurde auf Kubernetes, sodass man jetzt im Prinzip trotzdem zwei verschiedene Konzepte hat in OpenShift und in Kubernetes, die sehr, sehr ähnlich sind und die vielleicht auch irgendwann mal nochmal komplett konvergieren werden. Nur so als Abriss. Und jetzt hier mal ein Beispiel von den verschiedenen Updates-Strategien, die wir haben. Also wie ich habe erzählt, es gibt hier ein Deployment. Das ursprüngliche Deployment definiert zum Beispiel hier eine Version, hat ein Template für einen Pod mit der Version 1.0. Dann wird einfach bei der initialen Installation einfach diese drei Pods mit drei Replikas hochgezogen. Und jetzt ist es so, jetzt möchte ich aber ein Update auf die nächste Version machen, 1.1. Das heißt, ich ändere in meiner Deployment-Deskriptor die Versionsnummer auf 1.1. Also ich habe dann quasi das gleiche Deployment-Objekt, wird einfach geupdatet intern. Dann sieht Kubernetes, okay, das ursprüngliche, hier gibt es eine Änderung. Das heißt, ich muss ein neues Replikaset erzeugen, nämlich dann mit einem Template für die Version 1.1. Das heißt, erhält also die Pod die Version 1.1 da drin. Aber erst einmal mit Replikas 0. Das heißt, ich habe hier Replikas 3 und hier Replikas 0. Und dann definiere ich, habe ich ein Feld in diesem Deployment, das nennt sich Update-Strategie. Und da kann ich angeben, Rolling. Und das heißt, in dem Fall weiß ich jetzt, wie es denn von der alten Version zur neuen kommen soll. Bei Rolling ist es so, es wird zunächst mal ein altes quasi, also quasi der alte Replikation-Controller wird auch von 3 auf 2 runtergefahren. Und der andere wird von 0 auf 1 hochgefahren. Dann habe ich im Prinzip hier die Möglichkeit, also im Prinzip hier die, also beide Pods, also hier einen Pod von der neuen Version laufen und zwei Pods von der alten. Beziehungsweise hier wird der nächste schon wieder runtergefahren, der andere fährt dann hoch letztendlich. Also es wird immer so schrittweise, wenn die Replikas Sets, die dahinter stecken, immer quasi um 1 runtergezählt, beziehungsweise um 1 hochgezählt. Und natürlich mit einem gewissen zeitlichen Abstand dazwischen. Interessant ist, dass davor ein Service ist. Und der Service, habe ich ja erzählt, der hat einen Selektor, der auf diese Pods geht. Und natürlich hat der Service in seinem Selektor keine Version stehen, sondern quasi die Version ist draußen. Das heißt, so hat der Service auf jeden Fall auch alle Pods erwischt, egal welche Version er hat letztendlich. Und damit kann eine Anwendung, die von außen über diesen Service geht, trifft dann immer auf einen laufenden Pod. Das heißt, ich habe hier quasi Zero Downtime. Das heißt, es gibt keine Situation, wo keiner dieser Pods läuft. Das ist wunderbar. Das einzige Problem darin, dass natürlich die Applikation mitspielen muss. Es ist nicht so, dass jede Applikation automatisch das kann, logischerweise. Das klappt natürlich super für stateless Applikationen. Also wenn die Applikation jetzt kein State hat, zum Beispiel, dann klappt das relativ gut. Wenn jetzt aber da zum Beispiel eine Datenbank dahinter hängt, und ich habe in dieser neuen Version zum Beispiel ein Schema-Update, dann muss trotzdem die Datenbank fähig sein, beide Versionen zur selben Zeit benutzt werden zu können. Das ist wichtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der neuen Version das Schema so ändere, dass ich eine Spalte entferne aus der Tabelle, dann klappt natürlich der hier auf die Schnauze, weil er die ja noch immer erwartet, letztendlich. Man kann das machen, aber es bedeutet trotzdem Aufwand. Man kann zum Beispiel sagen, okay, man macht jetzt hier beim Datenbank-Update, ich füge dann quasi einfach nur Spalten dazu für die neue Version. Die schreiben dann quasi anders rein, in die gleiche Tabelle als die hier. Ich habe mir auch mal einen Zeitstempel gemerkt, wenn dann die gesamte Anwendung hochgefahren ist, dann kann ich die restlichen alten Zeilen dann noch migrieren, bevor ich dann zum Beispiel Spalten wegwerfe. Also da gibt es ganze Bücher, die da darüber schreiben, wie man sowas machen kann, theoretisch. Aber nur so zu merken, quasi im Prinzip ist Rolling-Update wunderschön, hört sich gut an, ist aber in der Praxis natürlich oft schwierig. Gut, was kann man stattdessen machen? Ja, die einfachste Version ist natürlich Fixed, nennt sich das Ganze, oder Recreate als Strategie. Das heißt, in dem Fall wird erstmal, habe ich hier meinen Service, ich fahre hier alles runter auf einmal, warte, bis es unten ist, oder fahre dann auch parallel schon die neue Version hoch, und wenn die hier alle oben sind, dann schalte ich den Service um auf diese Version, auf diese neue Version. Das heißt, hier habe ich tatsächlich Downtime. Ich kann in der Zwischenzeit, wenn die zum Beispiel hier alle unten sind, auch noch wirklich noch mal wichtige Dinge machen, wie eben diese Schema-Migration, und fahre danach dann erst diese neue Anwendung dann quasi parallel hoch. Also das ist eigentlich eine, die man quasi machen kann und die ja auch relativ problemlos ist, wenn man eine Datenbank im Hintergrund hat. Und dann gibt es dazu noch ein paar Variationen. Eins nennt sich Canary Release, in dem ich tatsächlich jetzt nur einen oder einen Prozentsatz von meinen alten Pots runterfahre und den gleichen Prozentsatz hochfahre von der neuen Applikation, das dann aber laufen lasse, so stehen lasse. Und dann teste ich von außen einfach mal, wie kommt denn dieser neue Service an. Dann kann ich natürlich dann hier mir das anschauen, funktioniert das Ganze und so weiter. Und als nächstes, nächsten Schritt könnte ich dann, wenn das in Zeit lang läuft, ich dann zum Beispiel zufrieden bin mit der Anwendung, könnte ich das Ganze dann komplett wieder hochfahren, sodass dann hier wirklich alle, also quasi das Ganze in den Rolling Update verwandeln, oder ich mache einen Rollback zu der ursprünglichen Version, wenn ich das nicht haben möchte. Das ist aber was, was man quasi selber noch quasi als Strategie selber programmieren muss und die Ressourcen dann dementsprechend anbieten. Also es gibt jetzt keine Canary-Bildstrategie-out-of-the-box von Kima Nettis. Ja? Eine Frage, wie kann man jetzt die Version einsetzen? Ist das explizit ansprechen? Man kann ja den Service hier anpassen zum Beispiel. Das kann man natürlich auch machen. Man würde den Service hier anders formulieren. Also da würde man einen Service haben mit einem Selektor, der eben die Versionsnummer mit beinhaltet. Und dann, wenn ich dann soweit bin, endere ich einfach in der Ressource mit, über die REST-API, die Versionsnummer von dem Service von 1.1 auf 0 und ab dem Zeitpunkt, oder von 1.0 auf 1.1 und ab dem Zeitpunkt geht es dann auf den anderen Service. Und die finale Strategie nennt sich Blue-Green, wo im Prinzip, das ist ein bisschen ähnlich wie das Recreate. Jedoch werden im Prinzip, bevor ich die alten alle runterfahre, starte ich schon mal die neuen alle hoch. Also auch hier wiederum müssen quasi alle, müssen beide Applikationen zur selben Zeit laufen können, ähnlich wie beim Rolling-Update. Und dann mache ich tatsächlich auch hier diesen Switch von den alten auf den neuen, dann einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die alle oben sind. Vorteil hier ist natürlich, dass ich wirklich auch sagen kann, okay, jetzt, ab jetzt ist meine neue Anwendung aktiv. Bei Rolling ist es so, ich habe immer so einen Mischzustand, wo dann mal die alte, mal die neue da sein kann. Und das kann problematisch sein. Ein anderes Problem hier ist, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt aus die doppelte Kapazität brauche, weil ich quasi zweimal drei Pods gleichzeitig laufen habe. Das heißt, das kann sein, wenn ich zum Beispiel ein limitiertes Budget habe, Memory-Budget, ich kann nur 4 GB verbrauchen, dann kann es sein, dass dann schon automatisch dieses Blue-Green-Deployment nicht möglich ist. Hier ist nochmal ein ganz nettes Bild, das hat der Bildschirm gemacht, also wo man das Ganze auch wirklich schön über die Zeit sieht, wie denn diese Rolling-Deployments ausschauen. Also nach rechts ist aufgetragen die Zeit und nach oben die Anseite der Instanzen. Von der blauen, der alten und grünen sind die neuen Applikationen. Bei Rolling geht es also sehr graduell ineinander über. Hier geht es abrupt runter und dann geht es schrittweise, wie werden die anderen hochgefahren. Hier habe ich da bei Blue-Green, habe ich zum gewissen Zeitpunkt wirklich alle beide. Und bei Canary ist es quasi so eine kleine Einschränkung. Also es ist ganz praktisch zu merken, wie diese Deployments alle sich unterscheiden. Gut, damit sind wir bei diesen Frontational Patterns eigentlich schon am Ende. Und man sieht, das sind eigentlich wirklich diese Kernkonzepte von Kubernetes. Das waren jetzt ja alles nur irgendwelche Beschreibungen von irgendwelchen Deskriptoren und Parametern, die man einstellen kann. Jetzt geht das Ganze so ein bisschen weiter. Also geht jetzt fließend über in komplexere Patterns, die wirklich auf Kubernetes selber aufbauen und jetzt nicht direkt jetzt mit Kubernetes allein abgebildet werden. Aber das erste ist nochmal eins, was wirklich auch ein Kubernetes-Konzept ist. Initializer dreht sich darum, wie kann ich meine Container-Applikation initialisieren von Anfang an. Dazu gibt es das Konzept des sogenannten Init-Containers. Und ein Init-Container ist auch ein Teil eines Pots. Und das ist einfach eine Aktion, die gemacht wird, bevor der Pot die einzelnen Container hochfährt. So ein Init-Container wird immer ausgeführt, wenn ein Pot hochkommt. Das heißt, er muss in gewisser Weise ein Potent sein, sodass er, wenn ein zweites Mal ausgeführt wird, jetzt keinen Schaden anrichtet. Und so ein Pot hat auch seine eigenen, so ein Init-Container hat auch seine eigenen Ressource-Anforderungen. Das heißt, ich kann ja auch mit Request und Limit die Speicher und CPU auch einschränken. Hier sieht man schön, wie das Ganze funktioniert. Also ich habe hier meinen Pot. Der hat eine Reihe an Init-Containers. Die Init-Containers werden der Reihe nach ausgeführt. Und erst, wenn alle drei tatsächlich erfolgreich sind, werden die anderen, die Hauptcontainer in dem Pot, parallel hochgefahren. Und es ist klar, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Init-Container habe, also die Containers haben vielleicht, zum Beispiel der Container hat ein Ressource-Limit von 500 Megabyte, der von 200. Und ich habe jetzt einen Init-Container, der braucht vielleicht drei Gigabyte, weil er irgendwas ressourceintensives macht. Dann hat natürlich der gesamte Pot auch drei Gigabyte. Also natürlich das Maximum von diesen Init-Containern ist natürlich, und die Summe der Application-Container ist natürlich relevant dafür, was dann dieser Gesamt-Pot denn auch braucht. Das ist auch wichtig zu wissen. Gut, also den Init-Container werden wir gleich später nochmal in den komplexeren Patterns noch relativ häufig sehen. Das ist auch eine sehr praktische Funktionalität, einfach um Dinge zu initialisieren, bevor man was hochfährt. So, jetzt kommen wir eigentlich zu den mehr oder weniger berühmten Patterns von Kubernetes. Und eines der, sage ich mal, der berühmtesten Patterns ist das sogenannte Side-Cup-Pattern. Und das Problem oder die Frage, die hinter diesem Side-Cup-Pattern steht, ist letztendlich, wie kann ich eine bestehende Funktionalität von einem bestehenden Containern erweitern, ohne diesen eigentlichen Container zu ändern. Also so ein bisschen wie AOP in Java, also wo ich dann im Prinzip ja auch solche orthogonalen Aspekte einfach dazufügen kann, ohne dass ich die eigentliche Applikation anfasse. Also, gibt es ja genug Beispiele. Wir sehen jetzt auch gleich ein paar. Ja, das Ganze funktioniert natürlich mit diesem Pod-Konzept, weil dieser Pod eben tatsächlich mehrere Container enthalten kann. Kann einer ein Haupt-Container sein und ein anderer ein Side-Cup-Container, der eine spezielle Eigenschaft dazufügt. Hier ist ein Beispiel. Also, nehmen wir an, ich habe jetzt meinen Haupt-Container, der kommt aus dem Image, das ist eine Node.js-Anwendung zum Beispiel. Und dessen Aufgabe ist einfach nur, vielleicht Daten von der Disk auszuliefern. Nach außen. Und genau. Relativ einfacher Container. Und ich möchte gerne aber, dass diese Daten, die ausgeliefert werden, periodisch mit Git abgeglichen werden. Mit irgendeinem Git-Repositor, irgendwo bei GitHub zum Beispiel. Dann mache ich folgendes. Ich packe einfach einen Side-Cup-Container dazu, wo periodisch eben ein Prozess läuft, der auf Git quasi überprüft, ob sich was geändert hat von den Daten, die hier drauf sind. Und dann macht hier einfach ein Git-Update auf der Disk, wenn sich was geändert hat. Und so, dass dann automatisch der Haupt-Container diese aktualisierten Daten nach außen liefern kann. Also hier läuft einfach eine Schleife, der macht einfach periodisch Git ab hier auf dieser Disk, die da drin ist. Und der Node.js weiß gar nicht, dass sich das ändert. Er liefert einfach die letzten Daten eigentlich alle aus. Das heißt, ich habe einfach dadurch, dass ich einen neuen Container dazugefügt habe, die Funktionalität, Synchronisierung einfach eingebaut, ohne dass ich diesen ursprünglichen Container überhaupt verändert habe. Nämlich dadurch, dass ich über diese Disk gehen konnte und dass ich diese Daten auch teilen kann. Es gibt zwei Spezialisierungen von diesen Side-Cup-Pattern. Eines ist es Ambassador-Pattern oder auch Proxy genannt. Und zwar ist es die Idee, wie kann ich denn den Zugriff innerhalb des Containers zu der Außenwelt entkoppeln. Und Beispiele dafür für solche Services sind dann Sachen wie Circuit-Breaking und Tracing. Das heißt, Circuit-Breaking ist vielleicht ein Begriff für euch und ist die Idee zu sagen, wenn ich eine Abhängigkeit habe zwischen zwei Services über das Netzwerk und der eine Service bricht quasi weg, habe ich hier so einen kleinen lokalen Proxy, der dann einfach sagt, einfach eine Default-Antwort oder einen Fehler zurückliefert, wenn er weiß, dass der andere nicht erreichbar ist und eben diese kaskadierenden Effekte zu vermeiden, wenn ich schon, Service, der eh schon am Abrauchen ist, dann zu sehr dann mit Request befeuere. Circuit-Breaking gibt es bei uns in der Anwendung von Netflix. Es gibt Hystrix, was eine relativ bekannte Library ist, um das Ganze in Java zu realisieren. Aber natürlich ist es so eine Art Infrastruktur-Aspekt, der eigentlich, wenn man es eng nimmt, nichts mit der Applikation zu tun hat, sondern es ist etwas, was eigentlich außerhalb der Applikation sein könnte. Und das kann man relativ leicht mit einem Sidecar verwirklichen. Also hier ist ein Beispiel mit einem Memcachedee. Also ich habe jetzt hier einen Container und der muss auf irgendeine Datenbank drauf zugreifen oder auf irgendeinen Key-Value-Store. Jetzt könnt ihr natürlich direkt hier rausgehen und irgendeinen Service hier ansprechen, der dann das anbietet und wer dann quasi auf dieser Datenbank. Aber stattdessen geht der Container einfach auf Localhost auf einen gewissen Port und holt sich die Daten von dort. Aber da muss natürlich irgendwas dahinter hängen, hinter diesem Port. Und in dem Fall hängt ein Memcachedee dahinter, der letztendlich dann die Daten ausliefert und quasi ein gewisses Caching realisiert. Ich könnte natürlich das auch austauschen, diesen Container und sage, ich mache einfach einen direkten Pass-Through, wo ich einfach rausgehe und hätte dann gerade einen direkten Zugriff auf die Datenbank, die dahinter steckt zum Beispiel. Und somit kann ich quasi ohne diesen Container hier selber anzufassen, kann ich hier einfach auch diesen Aspekt quasi Caching, ja, nein, einfach durch das Hinzufügen und das Wegnehmen von solchen Containern realisieren. Und genauso könnte hier ein Circuit-Baker sein, wenn er rausgeht und so, dass ich quasi hier auch einfach nur auf den Port gehe in dem Container und das Circuit-Bracking wird quasi hier realisiert durch den Sidecar-Container. Und wer schon mal was von Service-Meshes gehört hat und quasi so Sachen wie Istio, das sind im Prinzip tatsächlich einfach vorgefertigte Plattformen, die genau sowas realisieren. Das heißt, bei Istio ist auch so, dass dieser Circuit-Bracking, was von Istio angeboten wird, auch über Sidecar-Container transparent realisiert wird. Das heißt, ich gebe gar nicht mehr den Sidecar-Container an, sondern das macht quasi die Service-Mesh-Plattformen außenrum, die diese Sachen wie Tracing und eben Circuit-Bracking eben schon out-of-the-box mitbieten. Die zweite Spezialisierung nennt sich Adapter. Und das ist eigentlich genau umgekehrt. Das heißt, wie kann ich denn den Zugriff von außen auf meinen Container abkoppeln? Ein gutes Anwendungsbeispiel für meine, ist zum Beispiel Monitoring und Locking. Das heißt, ich habe normalerweise irgendwo ein zentrales Monitoring-System, so wie Prometheus oder einen Log-Server, der sich Log-Daten abholt und der, Prometheus erwartet die Daten in einem gewissen Format, in einem festen Format. Jetzt kann aber sein, dass mein Container jetzt hier in dem Beispiel einfach Metriken auf die Disk schreibt und nicht automatisch schon Prometheus-Daten bereitstellt. Wie kann ich das Ganze aber trotzdem mit Prometheus zum Beispiel monitoren? Klar, ich baue mir einen Sidecar-Container, der im Prinzip hier diese Daten von der Disk sich holt. Das Ganze ist so transformiert, dass es für Prometheus lesbar ist und nach außen exportiert. Und dann kommt Prometheus über diesen Sidecar hin und holt sich diese Daten hier ab. Das heißt, ich habe auch wiederum diese Prometheus-Kopplung erreicht, ohne dass ich diesen Hauptcontainer, den Java-Container, hier anfasse. Natürlich könnte ich auch die entsprechenden Agenten hier in diesen Hauptcontainer einpacken und dann direkt quasi exportieren nach außen für Prometheus. Aber ich denke, die Idee ist klar, ich kann hier einfach Dinge nach außen entkoppeln. Also Adapter für Zugriff von außen, Proxy für Zugriff nach außen. Aber das sind wirklich wichtige, das sind wichtige Pattern, die man eigentlich ständig findet, überall. Also wenn man mit Prometheus viel arbeitet, wird man diese Sidecar sehr viel finden und kann eben genau diese Probleme auch lösen, die ich gerade beschrieben habe. Kommen wir jetzt zu der nächsten Kategorie. Jetzt wird es übrigens spezieller, genau wie bei den Architekturpattern, Konfigurationspattern und die drehen sich letztendlich um eine einzige Frage, nämlich darum, wie kann ich denn meine Applikation für verschiedene Umgebungen konfigurieren? Das ist also eine Frage, die man natürlich auch normalerweise auch recht häufig hat. Die einfachste Variante ist natürlich, das Ganze mit Umgebungsvarianten zu machen und da das Ganze ist natürlich auch direkt schon von Kibernettis aus unterstützt. Ist ja empfohlen auch von dem 12-Factor-App-Manifesto und ja, also ich setze einfach in dieser Beschreibung, ich habe das glaube ich hier auf der nächsten Folie hier als Beispiel, genau, ich habe hier wieder meine Pot-Deklaration und dann gibt es wieder ein Feld, ich nenne einfach Env und hier kann ich Name, Value halt angeben, ganz einfach. Ich kann auch direkt jetzt Umgebungsvariablen von Config-Maps aus und Secrets mir rausholen, das heißt, ich muss ja den Namen der Config-Map angeben, dann den Key innerhalb dieser Config-Map und der wird dann quasi als Wert von dieser Umgebungsvariable gesetzt. Genau, also relativ einfach und ein Nachteil ist natürlich, wenn ich das Ganze funktioniert nur oder kann man nicht mehr im Nachhinein ändern, wenn die Applikation dann mal läuft, dann kann ich keine Umgebungsvariable danach mehr ändern, aber das ist halt eine Einschränkung von Umgebungsvariablen selber. Eine andere Möglichkeit ist das Ganze, wie gesagt, direkt mit Config-Maps und Secrets zu machen. Das sind tatsächlich auch kümmerliches eigene Ressourcen und den einen Weg haben wir schon gesehen, das heißt, ich kann das Ganze über eine Environment-Variable referenzieren. Die Alternative dazu, ich kann das Ganze aber auch als ein File, also quasi in meinen Pot hinein mounten, also wirklich als Datei. Hier ist ein Beispiel, also ich kann diese Config-Map einfach so deklarieren, auch wieder eine vollständige Ressourcedefinition, die ich dann einfach erzeugen kann. Habe hier zwei Keys, also die Java Options und Application from Properties und dann mal bei der Pot-Deklaration selber gebe ich hier unten nochmal in diesem Feld Volumes an, dass ich hier ein sogenanntes Config-Volume haben möchte, gebe den entsprechenden Namen an, der dem hier oben entspricht und dann kann ich bei der eigentlichen Container-Deklaration wiederum dieses Config-Volume referenzieren und das in einem festen Pfad in meinen Pot hinein mounten. Nachdem ich das gemacht habe, was habe ich dann danach? Ich habe danach in meinem Pot unter slash etc. slash config zwei Dateien. Eine Datei nennt sich Application from Properties und die andere Datei nennt sich Java underscore Options. Genau. Und wenn ich jetzt dann im Nachhinein diese Config-Map hier ändere, also dann eben auch wieder durch Restaufrufe oder halt die Kommando-Zeilen-Tool, dann ändert sich tatsächlich auch der Inhalt dieses Pfeils. Das heißt, wenn ich eine Anwendung habe, die auch diese Pfeiländerungen quasi mitbekommt, also Auto-Detect, dann kann natürlich diese Pfeiländerungen auch gleich live mitbekommen. So, ja. Das ist also relativ praktisch und eine Alternative auch zu Umgebungsvariablen. Ein Nachteil bei Umgebungsvariablen nochmal kurz nachzureichen ist natürlich, wenn ich sehr viel Konfigurationen habe, dann ist natürlich das Ganze nur über Umgebungsvariablen zu konfigurieren natürlich sehr aufwendig. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen JBoss-Server habe, da brauche ich einen Konfigurationsfall. Das heißt, einen Konfigurationsfall kann ich natürlich dann sehr leicht nur so eine Config-Map realisieren. Problem ist aber, ich habe ja am Anfang erzählt, wie können wir unsere Anwendung konfigurieren für verschiedene Umgebungen. Also wenn ich jetzt eine Config-Map habe, ich habe hier eine JBoss-Server-XML, Standalone-XML da drin zum Beispiel und die ist quasi für meine Umgebungen eigentlich ziemlich gleich. Also für Development, Staging und Production schaut die eigentlich gleich aus. Ändert sich nur an ein paar Stellen, also quasi irgendwo ein Datenbank-Verbindungsparameter oder so. Aber da muss ich trotzdem dieses Config-Maps immer wieder kopieren und dann leicht ändern, anpassen. Und wenn ich irgendwo anders was ändere, dann muss ich das in allen drei Config-Maps machen, wenn ich jetzt, sage ich mal, drei Umgebungen habe. Und da ist jetzt die Idee, zu sagen, das Ganze mit einem sogenannten Configuration-Template zu machen. Das heißt, ich habe ein Konfiguration-Template, wo ich nur an den Stellen, die sich ändern zwischen den Umgebungen, da habe ich im Prinzip Platzhalter und die werden dann mit den umgebungsspezifischen Werten gefüllt, wenn ich es dann eben in die entsprechenden Umgebung deploye. Wie kann ich das Ganze machen? Es ist relativ einfach zu realisieren. Das heißt, ich habe hier meine einen Init-Container, der läuft hier, der enthält im Prinzip diese ganzen Templates. Also man muss sich vorstellen, Standalone-XML mit Platzhaltern da dran. Dann habe ich da in diesem Init-Container auch einen Template-Prozessor, der im Prinzip aus diesen Templates vollständige Konfigurations-Dateien macht. Aber er braucht natürlich entsprechend auch die Parameter-Werte, die er einsetzen muss in den Templates. Und die bekommt der Init-Container direkt von der Config-Map. Das heißt, ich habe eine Config-Map, wo bloß diese Parameter-Werte, die eingesetzt werden sollen, eintragen kann. Das ist typischerweise nur eine Handvoll. Also ich habe dann halt unterschiedliche Werte hier für Entwicklung, Staging und Production. Das heißt, hier würden dann unterschiedliche Datenbank-URLs drinstehen. Ich habe hier in den Templates einen Platzhalter für die Datenbank-URL und der Prozessor hat die Aufgabe von dieser Config-Map, diese Datenbank-URL hier reinzufügen. Das Ganze in der Datei abzuspeichern und die wird dann von der Applikation tatsächlich gemounted. Also das ist ein Beispiel, eine Kombination von diesem Init-Container, der hier genutzt wird. Und das lässt sich aber relativ leicht auch, ich habe jetzt leider keinen, Ding dazu. Aber im Prinzip ist es relativ, ja, schon ein komplexerer Aufwand als mit Config-Maps, aber hat dann halt den Vorteil, dass die Config-Maps selber sehr, sehr klein bleiben und auch wirklich nur die Unterschiede zwischen diesen Umgebungen enthalten und nicht irgendwas extra. Wenn ich jetzt dann irgendwann mal ein ganzes Parameter in meiner Konfiguration, die alle Umgebungen betrifft, dann erneut ich einfach dieses Template und bekomme das dann für alle Umgebungen automatisch mit, ohne das Ganze kopieren zu müssen. Ja, habe ich im Prinzip jetzt gerade schon alles erklärt, was hier steht. Kommen wir zu dem letzten Konfigurationsparameter, Pattern, Entschuldigung, das nennt sich Immutable-Konfiguration. Ist so ein bisschen ähnlich wie das Ganze mit dem Template-Prozessor, außer dass es nicht ganz so komplex ist. Die Idee ist zu sagen, dass ich die Konfiguration insgesamt schon in einen Container packe und ich habe dann drei verschiedene Images für Development, Staging und Production. Alle haben unterschiedliche Namen, haben unterschiedliche Versionen. Das heißt, das Schönste ist, ich kann das auch versionieren und beim Starten werden diese beiden in einem Pod einfach verlinkt. Ja, das ist die Idee. Tolle Idee, bei Docker selber funktioniert das einwandfrei. Also ich kann einfach hochfahren, Applikationen, ich kann einfach ein Volume, also ein Pfad aus einem anderen Container direkt in den anderen Container reinmauten. Das ist kein Problem. Da mache ich einfach einen Bind-Mount. Das Problem bei Kubernetes ist, dass diese Art von Mounts nicht direkt unterstützt wird. Also das gibt es noch nicht. Es ist ein Ticket offen, das ist einzufügen. Das heißt, ich kann jetzt nicht jetzt sagen, okay, so eine Art Mount in meinem Pod zu haben, bitte mounte mir das vor Zeit jetzt von dem Pod in meinen Pod rein. Das geht nicht direkt. Man kann das Ganze machen über das sogenannte Docker-Flexwall. Das ist Mechanismus, wie man quasi eigene Volume-Treiber schreiben kann. Hier gibt es einen für diese Docker-Volumes. Nachteil davon ist natürlich, dass ich diesen Treiber muss ich auf jedem Knoten auf meinem Cluster installieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Cluster benutze, auf den ich kein Admin-Recht habe, dann kann ich das natürlich nicht machen, weil dann muss man natürlich der Admin installiert haben. Gut. Was kann ich denn stattdessen machen? Und dann kommen wir wieder zurück zu den, nee, Entschuldigung, das ist nur ein kurzes Beispiel, wie das mit dem Flex-Volume funktioniert. Ich habe hier quasi meinen Container, Engine X in dem Fall. Der hat hier einen Mount-Part, der hat einen Volume-Mount auf Test. Und wenn ich hier so Volume-Mounts habe, dann referenzieren die immer auf Volumes, die weiter unten definiert sind. hier habe ich das Volume-Namens-Test und gebe als Typ einen Flex-Volume. Dann gibt es ja diesen Treiber auf dieses, genau, der dann installiert sein muss. Und letztendlich als Option für diesen Treiber gebe ich an, den Namen des Images, was im Prinzip diese Daten enthält. Das heißt, hier enthält mein Container-Image unter Slash-Data-Store, als vorzeitig ist er denn drin, die Konfigurationsdaten. Die erscheinen dann unter Slash-Data in meinem eigentlichen Container. Das wäre die Möglichkeit mit Flex-Vol. Wenn das eben nicht zur Verfügung steht, dann kommt das Ganze wieder schön über Initializer machbar. Das heißt, ich habe hier oben einen Innen-Container, hier ist das Image und der kopiert einfach beim Starten einfach Inhalte von seinem Image irgendwo in ein geschertes Volume, was dann wiederum von der Applikation selber genommen wird. Aber der Unterschied ist natürlich, dass ich hier jetzt keinen Template-Prozessor habe. Aber ansonsten ist es relativ ähnlich und ich brauche hier auch keine Config-Map. Hier ist immer wirklich ein einfaches Beispiel, den ich direkt nutzen kann. Das heißt, ich habe hier ein einfaches Docker-File, Busybox, füge hier ein paar Properties dazu, Dev-Properties, die erscheinen dann unter Config-Source, zum Beispiel Demo-Properties. Und dann ist der Entry-Point, also das Kommando, was ausgeführt wird, wenn der Container gestartet wird, einfach ein Copy von dieser Config-Source-Verzeichnis in irgendwas, was ich hier angebe. Als Argument 1 ist das Argument, was ich dem Container übergebe, wenn ich ihn starte. Dann baue ich das Image hier, gibt dem ganzen hier einen Namen und auch eine Version zum Beispiel. Und in meinem Kubernetes-Manifest schaut das Ganze so aus, dass ich hier wieder meinen Volume-Mount habe, der auf den Namen Config-Directory geht. Entschuldigung, ich habe erstmal einen Init-Container. Der mountet auch im Prinzip ein Config-Directory, hier, was im Prinzip hier ein sogenanntes Ampli-Dir, was einfach ein leeres Verzeichnis auf dem Pod ist. Das heißt, wenn ich das Ganze hier starte mit Config, dann kopiert dieser Init-Container die Konfigurationsdatei in das Lash-Config. Lash-Config ist gemountet auf diesem Config-Directory und dann erscheint in diesem leeren Directory diese Datei, die ich da drin hatte. Der nächste Schritt ist dann, wenn der Init-Container zu Ende ist, startet man einen Applikations-Container, dann mountet ebenfalls Config, findet darin dann im Prinzip bereits die Konfiguration vor und kann die dann direkt benutzen. Gut. Das Tolle an der, an diesen, mit diesen Immutable-Configurations ist natürlich, dass man das Ganze sehr leicht verteilen kann. Ich kann die Konfiguration einfach auf den Registry pushen, kann sie da runterladen, ich kann sie versionieren, sie ist quasi immutable, wie das Image eigentlich oder jeder Container sein sollte. Es kann beliebig groß sein, das ist auch ein Vorteil, wenn ich große Konfigurationen habe, dann die in Config-Maps zu packen, da gibt es ein natürliches Limit, was an Größe, was ein Config-Map enthalten kann. Und es gibt aber einen großen Nachteil, den möchte ich nicht verschweigen, ist natürlich, dass ich habe jetzt hier meine, im Prinzip ist es ja ein Teil meiner Applikationsbeschreibung, ich habe hier eine Referenz auf Dev hier direkt hier drin, in diesem Image-Namen. Das heißt, wenn ich dann meine Applikationen auf Prod deployen möchte, muss ich hier dieses Dev austauschen durch Prod oder durch Staging. Das heißt, ich muss meine Templates oder meine Ressourc-Deskriptoren anpassen. Das ist nicht schön, aber wer das Glück hat, OpenShift zu nutzen, der kann das Ganze über Templates, wirklich OpenShift-Templates machen, wo im Prinzip dieser Image-Name auch als Platzhalter angegeben werden kann. Und dann kann ich, wenn ich dann die Applikation installiere, einfach diesen Wert anders befüllen, je nachdem, wo ich die installiere. Gut. Also das ist auch eine schöne Möglichkeit, quasi komplexe Konfigurationen zu handhaben. Gut, damit sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Kategorie, bei den Advanced-Patterns. Da habe ich mal zwei rausgepickt. Das eine ist das sogenannte Custom-Controller. Und jetzt geht es darum, letztendlich die Frage, wie kann ich die Kriminelle selber erweitern, ohne die Plattform selber irgendwie zu forken oder irgendwie einen Source-Code zu ändern. Und die Idee ist, das Ganze mit Custom-Controllers zu machen. Und das funktioniert so, dass Kubernetes in der API auch eine Watch-Endpoint hat, in dem ich mich registrieren kann und bekomme dann Events mit, wenn irgendwelche Ressourcen geändert werden. Und ich kann einfach ein ganz normales Deployment machen. Ich kann mich registrieren, eben zum Beispiel für die Änderung von Ports oder für Services und kann dann quasi auf Änderungen in diesen Ressourcen reagieren. Und genauso funktioniert eigentlich Kubernetes generell überall. Das heißt, ich habe ja diese Ressourcen, die werden geändert von außen und irgendeiner muss ja mitbekommen, wenn da eine Änderung ist. Und tatsächlich sind das ganz viele Controller, die im Hintergrund laufen, die sogenannte Control-Plane und die kriegt die Events mit und reagiert dann darauf und macht dann irgendwelche Sachen. Also wenn ich zum Beispiel bei einem Deployment die Versionsnummer ändere, dann gibt es einen Deployment-Controller, der schaut dann immer und sieht dann, okay, kriegt ein Event mit, okay, bei diesem Deployment wurde die Versionsnummer geändert, also muss ich jetzt irgendwas machen. Aber so einen Controller kann ich auch selber schreiben, sehr leicht. Im Prinzip ist die Idee wieder gleich, das heißt, er schaut sich die Änderung an, guckt nach, wie der aktuelle Zustand ist, das heißt, er macht auch eine Query auf den Zustand von dem Cluster, schaut nach, ob diese Änderung kompatibel ist mit dem Zustand und macht dann eben eventuell die sogenannte Reconciliation, also diese Abgleich zwischen dem eigentlichen Stand und dem Zielzustand, versucht dann quasi den aktuellen Zustand dorthin zu kriegen, dass er dem Zielzustand entspricht. Ein Beispiel, habe ich ein Beispiel da? Ja, genau, kommt gleich ein Beispiel. Das Ganze wird auch oft in Kombination mit sogenannten Custom Resources genutzt, das zeige ich dann gleich im nächsten Pattern. Custom Resources ist, dass man selber diese Ressourcen definieren kann, das heißt, wir kennen Ressourcen wie Port, Deployment, Service und so weiter und ich kann selber einen eigenen Typen definieren und kann ihn verwenden, ganz normal wie jeden anderen auch. Man kann generell zwei Arten von Kontrollen unterscheiden, das eine sind quasi Extension-Controller, die die Plattform selber erweitern und das andere sind dann eher so Controller, die in Richtung Applikationslogik gehen oder auch die Applikationen unterstützen. Also dazu kommt dann auch noch gleich ein Bild. Aber bevor ich, genau, bevor ich das Ganze nochmal mit Beispielen nochmal deutlicher mache, brauchen wir noch das Konzept des Custom Resource und da geht es darum, wie kann ich denn so ein eigenes Domainmodell dann letztendlich in Kubernetes verwalten. dazu gibt es einen fixen Typ von Kubernetes, der nennt sich Custom Resource Definition, das ist auch wieder ein Typ, so wie Port und Service, gibt es eine CAD und damit definiere ich quasi meinen neuen Typ, den ich später benutzen möchte. Und dieser Typ, wenn der mal etabliert ist, kann genauso von diesem Custom Controller überwacht werden und quasi reagiert werden. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von so einer CAD. Also ich habe hier kein, das ist wirklich jetzt hier ein fester Kubernetes-Typ, Custom Resource Definition, ich definiere jetzt hier eine, muss dem Ganzen angeben, wie der Typ denn heißt, in dem Fall Prometheus, muss auch angeben, wie der Plural davon heißt und dann kann ich hier unten eine Validierung angeben, welche Daten er denn letztendlich dann benutzen kann. Also das ist tatsächlich ein realer CAD, den man auch runterladen kann von CoreOS und der Prometheus-Operator, der macht nichts anderes, der schaut nach, wenn denn dann so eine Prometheus-Instanz kommt, dann installiere ich in dem Cluster einen Prometheus. Ja, das ist im Prinzip die Möglichkeit, Prometheus zu installieren. Das heißt, ich habe im Hintergrund einen Operator laufen, der schaut sich nur an, Änderungen an Ressourcen, die diesen Typen Prometheus haben und geht dann hoch und wenn der an der Name, der da unten deklariert ist, schon da ist, dann macht er ein Update, ansonsten installiert er den Neu zum Beispiel. Hier ist nochmal das Beispiel, wenn dann tatsächlich so eine, jetzt eine aktuelle Customer Resource wirklich jetzt auch genutzt werden kann. Also wenn ich jetzt dann hergehe und sowas dann quasi übergebe, dann weiß der, okay, ich muss jetzt hier einen Prometheus installieren, der entsprechende Controller. Und jetzt, sobald ich dann diese Custom Resource installiert habe, dann ist dieses Prometheus auf derselben Stufe wie jeder Port, und hier das andere auch, also wie die andere, wie der andere Kubernetes Resource. und jetzt kommen wir zum anderen Begriff, der auch ab und zu mal rumschwirrt, der nennt sich Operators. Und tatsächlich ist Operators die Kombination zwischen Custom Controller und Custom Resource. Also dieser Name wurde im Prinzip geprägt von CoreOS und die Idee ist zu sagen, dass man im Prinzip so die Device, die so ein Abmian hat, dann quasi in Code gießen kann. Das war so die Idee. Und damit kann man eben so auch so diese Custom der Kubernetes Applikation auch deployen. Prometheus war ein Beispiel, das andere ist jetzt zum Beispiel noch ein AdSty zu installieren oder auch andere Applikationen, die man nutzen kann. Ein Beispiel auch für so einen Custom Controller ist, dass man, also ich habe ja vorhin ganz kurz erklärt, so ein Service, der ist jetzt da, dass andere Services auf ihn zugreifen können. Aber so ein Service hatte ja dann auch damals noch eine interne IP-Adresse. Das heißt, es ist ja nicht so einfach möglich, auf diesen Service drauf zuzugreifen von außen. Dafür gibt es ein anderes Konzept, was ich jetzt nicht erklärt habe, das nennt sich Ingress. Damit kann man quasi ein Service auch exportieren nach außen über einen Load Balancer, der von außen zugreifbar ist. Das heißt, man exportiert nicht alle Services, die im Cluster laufen, nach außen, sondern nur spezielle Services, für die es ein sogenanntes Ingress-Objekt gibt. Und man kann so ein Ingress-Objekt automatisch anlegen, zum Beispiel, indem ich sage, theoretisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Controller laufen habe, der schaut sich nur Labels von Services an. Und es gibt ein Label, das nennt sich expose gleich true, zum Beispiel. Und wenn jetzt so ein Service erzeugt wird mit expose gleich true, dann geht dieser Controller her, sieht er, aha, expose gleich true, und er erzeugt dann dieses sogenannte Ingress-Objekt, das dann das Ganze nach außen exportiert. Das heißt, nur, dass ich dieses Label ändere mit diesem expose gleich true, erreiche ich dann natürlich eine neue Funktionalität. Und das meine ich damit, dass der Cluster quasi die Funktionalität erweitert werden kann, ohne dass man diesen Cluster kurz selber ändert, indem ich einfach diesen Controller anpasse. Ganz neu gibt es dieses Operator-Framework, die einem hilft, sehr leicht Operatoren selber zu schreiben. In Go allerdings. Nicht jetzt in Java, sondern in Go-basiertes Plattformen. Es gibt hier drei Teile. Das ist Operator SDK, das ist im Prinzip sowas dazu da, so eine Art Gerüst, so eine Art Scaffolding zu machen von dem Operator selber. Dann gibt es den Operator Lifecycle Manager, der dann quasi den Lebenszyklus von den Operatoren managt. Also man kann Operatoren machen, die den Lifecycle von Prometheus managen, aber wer managt, spielt dann quasi den Lifecycle von diesem Prometheus Operator. Also wenn ich jetzt eine neue Version installieren möchte, dafür hilft dann dieser Operator Lifecycle Manager, also quasi nochmal eine Stufe höher. Und ein dritter Teil, der geht dann darum, diese Operatoren dann auch zu monitoren und zu überwachen. Gut, hier ist nochmal ein Bild, wo es eben diese verschiedenen Operatoren gibt. Dieser Exposed Controller, den ich gerade beschrieben habe, der es ermöglicht, quasi Service nach außen zu exportieren. Auch ein schöner Controller ist zum Beispiel der Config Map Controller. Der kann zum Beispiel so, der läuft im Hintergrund, und ich sage dann zum Beispiel, wenn sich eine, es gibt zum Beispiel eine Anwendung, also es gibt ein Deployment, das hat ein Label, der sagt, Restart, Doppelpunkt, den Namen einer Config Map beispielsweise. Und wenn sich jetzt eine Config Map zum Beispiel ändert, dann habe ich ja gesagt, dass jede Anwendung, die quasi dieses Config Map reinmaut, das File System und auch mit Hot Reload umgehen kann, dann sieht es die Änderungen sofort. Wenn es aber nicht der Fall ist, kann ich mir diesen Config Map Controller installieren, kann es sagen, Restart, Referenz auf die Config Map und jedes Mal, wenn die Config Map sich ändert, startet der Config Map Controller tatsächlich das Deployment neu. Also, killt den Port und dann wird es neu hochgefahren, sodass dann quasi diese neue Instanz, die neuen Daten dann mitbekommt. Aber kann dann auch relativ einfach dieses Reloaden der Konfigurationsdaten dann dadurch auch realisieren. Dann gibt es dann im Prinzip, das sind quasi alles Controller, die keine Custom Resources benötigen. Die gehen einfach auf Labels, Annotations, was auch immer. Und dann gibt es natürlich die mehr komplexeren Controller, die tatsächlich dann mit Custom Resources arbeiten. Pumifers war sowas. Und AdStee Operator ist eher analog. Da geht es darum, AdStee zu installieren, also so ein Key-Value-Store. Und das Ganze kann man sogar noch weiter treiben, dass man sagt, okay, man macht ganze Applikationen um diese Controller herum. Das heißt dann, wo wirklich dann Logik drin ist, die jetzt nicht mehr unbedingt was mit dem Cluster zu tun hat, sondern quasi würde ich die dann einfach den Cluster benutzen als Backend-Store zum Beispiel oder als API. Gut, das war so ein kurzer Ausflug über diese Controller-Welt. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken und ich habe jetzt auch nur so einen kleinen Ausblick gegeben, was es an diesen Patterns auch gibt. Die haben wir so quasi von diesen ganz grundlegenden Pattern gesehen, also bis ganz hoch spezielle Pattern, die dann quasi die Quelle benutzen, wie die Konfigurations-Patterns. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, seine Anwendung zu managen. Und was wichtig ist auch zu wissen, dass wir eben so etwas wie den Sidecar, das ist wirklich ein Pattern, was eigentlich ständig vorkommt, wenn man weiß, was es ist. Also Sidecar ist auch ein etabliertes Pattern. Andere Pattern, die ich vorgestellt habe, die sind noch nicht etabliert in dem Sinn, dass die irgendwie bekannt sind oder sowas. Kann auch sein, dass die wieder verschwinden. Aber sage ich mal, Sidecar und Custom-Controller sind definitiv Dinge, die man immer wieder treffen wird. Und ja, wie man sieht, Custom-Controller sind gar nicht so neu, gar nicht so alt, meine ich. Das heißt, die kommen immer wieder neue Ideen nach oben, die da sind. Und damit wäre ich auch am Ende von dem Vortrag. Und fahren wir vielleicht doch Zeit für ein, zwei Fragen, wenn welche da sind. Ja. 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 Das habe ich jetzt auch wieder im Weiteren. Das ist quasi ein weiteres Pattern, was ich jetzt nicht vorgestellt habe, aber in dem Buch beschrieben ist. Das nennt sich Observable Interior. Das heißt, du kannst über so eine Lifeness, ein Readiness Checks, die man nach außen anbietet, kann man den Gesundheitszustand der Applikation nach außen exportieren. Und der wird natürlich abgefragt. Und das heißt, dadurch kriegt ihr auch mit, ob die Anwendung auch läuft oder nicht läuft. Also im Prinzip ist es so, wenn du keine machst, dann wird einfach so, ob der Prozess läuft in dem Container. Wenn im Container der Prozess gestorben ist, dann ist der Container tot. Ansonsten exportiert man dann zum Beispiel bei Spring Boot über den Actuator so einen Health Check nach außen und kann den auch abfragen. Und dann wird es auch zum Beispiel, so ein Service geht nur auf einem Pod, wenn dessen Readiness Check wirklich quasi grün ist. Wenn der kaputt ist, dann wird auch kein Pod quasi angesteuert von außen hin zum Beispiel. Aber da gibt es auch noch viele Möglichkeiten, das zu machen. Noch Fragen? Nicht, dann vielen, vielen Dank und nochmal Dankeschön für die Einladung. Und ja, viel Spaß.